das kind läuft immer noch besser was machen wir eigentlich wenn irgendwer auf die idee kommt die ganzen tiere rauszulassen weil die trolle achte meine güte die brücke da wurde übrigens auch jetzt eingerissen nur die da oben steht noch aber die sind ziemlich mitgenommen aus mich hätte ich es und unter wo ist das kind eigentlich ist das immer noch personen farmen unterwegs und wir haben wieder ein kind was zum berserker geworden ist sehr schön ja endlich mal ein einer meiner wieder einen armbuss schütze weniger der gerade eben von einem kind getötet wurde ja jetzt ist wenigstens endlich das kind tot das klingt so falsch wo ist das kind da ist das kind halt pause wo ist es hin jetzt darf wo ist der berserker hin ach so da steht das so squad töten wenn im squad überhaupt noch drei leute vorhanden sind ach ja warum nicht so jetzt wird unsere berserker für das erste los aber wir sind auch nur noch auf einer seite mit leuten leuten wir haben drei expos wir haben noch unsere mechanik auch unseren meister zerwischt die halt schocker ist noch hier okay unseren anderen meister hat es dann wohl erwischt ja dead missing das steigt immer mehr an wie sieht es mit coffins aus diese zwei in auftrag werden aber nicht hergestellt die tote ente toter koppler gefunden äh was machst du hier du bist hungrig durstig und rennst brabbelt herum ach so du bist dann auch wahrscheinlich von madness getroffen hier runter kommt auch keiner mehr wir sind total abgeschnitten das miasma breitet sich immer mehr aus unsere leute draußen kommen nicht rein unsere leute drin kommen nicht raus ja die leute draußen schlafen alle da ist übrigens einer meiner x-boots werke noch da draußen und wir haben ein kind was durchdreht das heißt das wird wieder irgendwas zerstören geht es gott stark waving bad ich weiß nicht genau was das bedeuten soll gold stark waving mad das müsste ich eigentlich mal ganz kurz nachgoogeln ja kind ist herunter gekommen jetzt ist ein glas stark waving mad geworden auf jeden fall bedeutet stark waving mad dass sie aus unserer liste der normalen bewohner verschwinden und wieder ein kind was zum berserker geworden ist wurde diesmal da das wort töten aber sie sind sogar schon vor ort und können ihn töten und sogar die hunde fallen über ihr her sehr schön nebenbei wie viel hund wir haben noch genug hunde eigentlich ich glaube irgendwann wird das vor nur noch von hunden bewohnt sein was ist eigentlich in diesem käfig hier copper cage view straight turkey gobbler corps ja furchtbar da breitet sich das miasma aus ein kind ist am trost gestorben wer ist eigentlich noch übrig von unseren benannten zwergen ragimann unser web smith joker unser mason und pigel die unser koch drei stück die restlichen er hat es schon zerfetzt und ich mache mir jetzt leider nicht die mühe euch eure namen noch mal neu zu vergeben weil alle zwerge hier sind die tote gewalt ich eingeschlossen hauler die von männerkologie geplagt werden es ist kein essen mehr da ab wie wolltest du essen geben ist im krankenhaus jemand ja da liegen gerade leute und verbluten weil ich keine ärzte mehr habe was ist mit dir du bist miserabel du bist auch miserabel ach so du bist bei melancholie also einige laufen verrückt umher die reden schon vom weltuntergang und ich war halb ich erst mal und ein hauler der insane geworden ist wo ist er ich sehe den cursor gerade nicht ach so da squad a töten wenn ich die hunde ihn schon tot kriegen nein er tötet gerade hunde na ganz toll jetzt tötet er ein kind nein er wurde vor dem kind getötet aber das kind wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange machen so wir sind fast bei 50 zwergen gekommen ja wir sehen unser vor nach und nach sterben das mache ich nur für euch in einem privatspiel muss ich ehrlich zugeben aber ich denke mal das ist auch lustig für euch zu sehen äh wie ein trash ten zum berserker wird und den wir wahrscheinlich hier draußen gar nicht töten können weil wir keine zwerge hier draußen haben doch ein aber der ist auch schon ziemlich mad wie sieht es eigentlich mit den brücken unten aus die da ist in construction die andere schon wieder gebaut worden ok weil einer einzelne x-boots werk der draußen steht schießt auf ihn er kommt aber näher ich glaube er hat probleme damit ihre ordentlich zu treffen ja komm töte ihn du kriegst das hin wie sieht er aus wunden er ist schon bei bewusstlos und er schießt weiter auf ihn aber er kommt näher er ist wieder bewusstlos sehr schön du kriegst ihn aber nicht tot er kommt immer näher jetzt musst du auf ihn einprügeln das wird jetzt interessant werden oh und ein geist noch ein geist ne es sind immer noch nur die zwei wie sieht es mit coffins aus die sind in der auftrag aber sie werden nicht benutzt wie sieht es hier unten mit den coffins aus sind schon alle voll wie viel haben wir denn eigentlich in einer reihe ich kann glaube ich einfach hier gucken stock coffins werden die separat hier irgendwo aufgeführt ja ja da coffins was nur 22 also hoops 1 für wir haben schon fast 50 stück ach ja ich habe einmal 20 und einmal ich habe noch einen freien also sollte ich noch mal rock koffin noch mal 30 in auftrag geben auch wenn ich wahrscheinlich keinen meisten mehr haben werden die sich darum kümmern kann wenn überhaupt ich habe noch 50 zwerge ich habe joker der schläft gerade der schläft leider draußen vor da oben wie geht es joker denn gucken wir mal kurz joker ist miserabel einer meiner fischer wirft tantrum unser holzfäller ist bei melancholie von melancholie erobert worden jawoll sehr schön ja wir können nicht mehr wirklich viel macht außer zusehen wie sich das biasma ausbreitet wir könnten die trolle freilassen die helft das ganze zu beschleunigen darum müssen käfig mit dem toten hund drin was ist jetzt da wir haben ein berserker fischer squad töten ich glaube wenn man außerhalb rum laufender crossbow zwerg durchdreht dann ist eh alles vorbei da sind nämlich draußen alle tot das war mein crossbow zwerg der berserker hat gerade eben ein crossbow zwerg getötet so dann können sich die anderen crossbow zwerge ja oben das kind kümmern squad a kill kind so ich gehe nicht mal davon an dass der fischer draußen langsam näher kommt und draußen alle töten wird ich wunderte es eigentlich wo bleibt die nächste wild force of darkness ein hund wurde getötet ich frage mich ehrlich wo die nächste alle migranten wo seid ihr denn ihr kommt gerade zur rechten zeit zum sterben ja ihr steht da draußen jetzt doof rum zwei neue kinder ein mason von mir aus ein ranger oh ja den ranger kann ich jetzt militär aufnehmen military so wo ist der ranger genau du bist jetzt im militär bitteschön wie sieht es da drin eigentlich aus der berserker ist tot dann äh squad a jetzt da ich den ranger draußen habe versuch mal die da zu töten so was macht der hat der schiss captain of the guard so wow du